Heute gibt es eine Win-Challenge. Wir werden brechen. Wir sind keine Bro-Gamer. Noch nicht. Wir werden es aber noch. Women. Einfach nur richtig laut Hallo schreien. Hallo! Ja, genau so. Ist deine Mom wieder dabei? Ich hoffe, sie schaut immer noch zu, weil sie macht mir gerade Essen. Sie macht mir gerade Kartoffel-Puffer. Meine Mutter hat in den Chat geschrieben. Ja! Oha, Aki verschenkt meiner Mutter einen Sub. Wie cool. Mama, du hast einen Sub. Sie weiß zwar nicht, was das ist, aber das ist cool, Mama. Drei Wins in Paul-Gast. Ja, Platz zu schneiden, wenn du es nicht rauskommst. Ja, mache ich. Bei meiner letzten Win-Challenge, ich habe es eh nicht geschafft. Da waren wir ja online uhrlange. Also, naja, uhrlange. Ich war fünf Stunden online mit neun und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, schreibt mir auf Instagram, was für eine Bestrafung ihr haben wollen. Dann wurde es doch, dass ich als Junge streamen musste. Boah, wieso fliegt der Kumpel so oft hin? Excuse me? Wir haben 2022. Nein! 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 Das ist gar nicht. Nein! Egal, dafür kann ich jetzt mein Outfit ändern. Dein Verflossener oder deine Verflossener hat direkt wieder einen neuen Partner. Wie gehst du damit am besten um? Man hat jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick. Ich habe mir einer Proben zugeschaut, der ist so cool, dieses Küken. Ja, der ist so cool, weil da wir ein bisschen los. Und Hohn halt. Hühnchen. Schmecken gut. Ich bin bald an Tieren, ist so ohne Tick. Schönes, veganes Leben, wünsche ich dir. Hey, wie gut. Oh mein Gott. Hört ihr dieses nusprige? Es kann einer so fliegen, gar gar nicht. Das Spiel ist so blöd, dass von unten gehen einfach schneller ist als über oben. Naja, okay. Naja, unten sind dann das Ausrechnen, also mehr Weg zu gehen. Ja, aber trotzdem mehr schneller. Ach so, aber wer rechnet das denn aus? Du? Was kannst du dir denken? Was lernen wir in der HTL? Das ist dann ein Schulabreizbeispiel im Vorgehen. Das ist der kürzeste mögliche Weg, ja. So, wichtige Einheit. Tafelbild ist relativ gefüllt, sollte aber alles halbwegs übersichtlich hinbekommen haben. Hä? Ja, gleich gehalten von diesem Hund. Das letzte, das, der Kevin ist aber reingekommen. Das schaut so cool aus. Machst du es nochmal, Simon? Ich bin schon groß und vier. Komm da und spiel mit mir. Ich lade dich ein. Ich bin... Ich spiel den Weg da nach rechts auf. Ja, habe ich hier. Weil die haben... Safe. Oh mein Gott, nein. Was war denn... Was? Was war denn das? Du spielst wirklich... Boah. Oh mein Gott. Was ist das? Ich habe so Angst. Langsamer, langsamer. Nein, ich habe so Angst. Ih, der klaut mein Bild. Wenn es umprobe ist, dann schau ich wieder sehen. Weil dann leckt das so der Maus, dass ich mal das sehe. Das ist eigentlich nur eine Ausrede, damit du nicht aus schlecht dargestellt wirst. Erwin bekommt Disconnect mit dem Finale. Es ist wirklich umprobe. Okay, nur er packt sich von Plattform zu Plattform. Hä, du Legs? Was passiert? Wenn du's draußen. Disconnect. Disconnect, kommt hier! Nein! Du musst Alpha sein, Käme. Arbeiten, essen, schlafen, arbeiten. Ich gehe mit dir, hole dir! Ja! Du musst über dieses Ding rüberlaufen mit diesen Zacken da und da. Ja, du musst so rüberlaufen. Bestimmt. Zweite, das mache ich gar nicht. Vor allem, das dreht sich das. Ah ja, das dreht sich. Ja, das dreht sich. Ach so, du bist so klug. Danke, ich habe die Gefahr erkannt. Es warten halt alle. Aber die anderen auch am Anfang. Ich glaube, ich bin erster oder es ist wirklich scheinbar. Ja, du bist erster, Kämen. Ich bin keine Ahnung. Das ist ja ganz, was uns gehört. Ja, nein, das ist gut, das Spiel überlegt. Wirklich, sehr gut. Ich kann es gar nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Es sind nur noch 15 Leute. 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2. Die Hälfte. Stand sich. Ja! Ich habe keine Lust mehr. Ich kriege jedes. Das ist so wahnsinnig. Das war gerade der bläden Tor. Ich schwöre es euch. Ja! Ich habe noch nicht so laut geschrien. Nein, jetzt habe ich irgendeinen Schrei. Ich bin nicht geschehen. Wenn ich jetzt in der ersten Runde wirklich rausfliege, dann wirklich. Dann frisst der Nachbar den Controller. Das ist wirklich so. Nicht nur den Controller, sondern den Bildschirm. Halt. Ja, der Nachhörmaltyp, der was auf Mikronus gehabt mit dran steht. Wie heißt der nochmal? Äh, Arad Stilpaar? Iraj? Iraj! Iraj. Iraj, Iraj. Iraj, Tim. Na, hör mal. Nein, hinein. Tim! Ich bin geblokt, Diggaard! Hehehe. Richtig laut, tschüss. Tschüss! Wiederschauen und Ringehauen. Ja, okay. Alles gut. Liken und abonnieren. Abonnieren und liken nicht vergessen. Ganz wichtig. Alles gut. ��릴게요. - Bis zum nächsten Mal.